ja leute was geht ab wie ihr wunsch habt und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal leute und heute wenn wir das neue die neue version 1.12 besprechen ihr da schon im hintergrund gesehen habt sind da die updates zu sehen und erstmal ja da ist ein geiles dort aber also schon können wir auch gleich vorbeigehen ja wieso nicht und ihr seht ich bin in der meintracht snapshot 17 b 6 also ich habe auch übrigens den neuen launchern auf jeden fall hier geht hier rein und ihr seht oh save toolbars okay ihr seid im creative modus habt irgendwelche blöcke irgendwelche ja okay dann ihr drückt stellung so sie kontrol auf die die ihr speichern wollt es gibt 1 2 3 4 5 6 7 8 und 9 ich spreche das mal auf die 2 und ich kann das zum beispiel jetzt auf steuerung 4 machen dann habe ich auch auf die vierte gespeichert aber um das auszuwählen mache ich jetzt schiff nach zum beispiel drei dann habe ich das dritte ausgewählt das dritte ist nix ich drück wieder schiff und zwei jetzt habe ich das wieder aber falls ihr ganz genau mir fehlt ein bisschen holz ihr wollt euch nicht entschieden und und zwar ein anvil holen dann ein eine axt holen ihr wollt das nicht ihr macht einfach wenn ihr es einmal gemacht habt schiff und eins ich habe hier nämlich eine angespeichert und jetzt kann ich wieder schnell in game mode 0 gehen und alles ganz ab die wieder weg machen falls die überhaupt nicht mehr wollt drückt einfach wie er hier steht zum safen ctrl 3 und zum auswählen shift und die zahl also ich könnte jetzt ein leeres auswählen jetzt wieder alles leer machen jetzt schaue ich mal alles leer so das war der grund für die bäume also ja und wie ihr hier sieht die wollblöcke wurden erneuert es gibt neue texturen das schwarz wurde schwärze sage ich mal oder beim gelb ist das richtig gut zu merken das gelb wird gelasser aber jetzt ist das viel heller oder beim rot und ihr fragt euch wo ich hier gerade herumlaufe erstmal das ist damit und diese neuen terracotta blöcke so nennen sie sich nämlich in jeder bestimmten farbe die sind sehr einfach zu kraften zu machen und zwar also erstmal die sind sehr schöne muster aber jedes hat zum beispiel zwei zum spiel dies hier finde ich am coolsten braucht man nicht so zu machen wie ich es gemacht habe man kann es entweder so hält oder als zwei arten das finde ich von entwicklern auch richtig gut gemacht wie man das macht ihr nehmt einfach zum ersten mal ist clay sogar was ist nützlich ihr nehmt zum beispiel gelb gebrannt ja das ist für was anderes das ist geht hier in den ofen labe einmal damit es schön länger hält ja denke ich zumindest und genau daraus könnt ihr dann wenn ihr habt diese platzierung ist ein bisschen komisch für dich aber ihr könnt daraus dann schöne muster machen könnt entweder so hält machen oder wie ihr wollt auch so oder auch so das bad ist ja schön ich will nicht dass er brennt und hier das seht ihr ja und hier seht ihr erstmal brauche ich was geht ja hier das ist etwas speziell aus diesem rezept wenn zum beispiel kaktusgrün ja ich hoffe es richtig und es ist richtig ihr bekommt dann acht diese blöcke diese blöcke die sind fest das macht man indem man zum beispiel dafür habe ich das jetzt mindestens noch aufgebaut zum beispiel nehmt ihr benutzt ihr sand fällt hier einfach nur durch da passiert nix nehmt ihr diesen diesen block fällt hier durch oh er wird schon konkret noch besser das Wasserwerk aber seht ihr das ist dasselbe und so gibt es zu jeder farbe das auch speziell dass dieses update das kann man zum beispiel vielleicht vielleicht kennt das ja noch wer dieses mein altes projekt skudel hieß das konnte man zum beispiel das hier nachbauen ähm das hier ist aber zwar ein bisschen anders aber ja das ist aber auch ein sehr blöder nachteil von diesem update könnt ihr das hier so nachmachen was ich hatte ja so einen raum ähm ich hatte ja so einen raum so da kennst du das ist ein like so hat man dann einfach so einen ganz geilen raum und so nach ja gleich kommt die müßische Stimme obwohl ich ja keine Lust hab und das letzte also das das ist jetzt das letzte in dem update das ist also diese blöcke die die farben sehen einfach viel besser aus finde ich kann man hiermit eigentlich auch so nachbauen ja sieht nicht so ganz schön aus wenn ihr auch hier durchguckt äh bei den blöcken seht ihr auch schon das ist das sieht viel heller aus als vorher vielleicht blende ich euch auch grad was ein das ich aber eher bezweifle hier hier sieht man sehr viel hier sind auch zum beispiel bei dieser dekoration diese terracotta blöcke das ist finde ich zumindest oder es sind die auch die hier heller geworden ähm vielleicht merkt ihr das gerade oder so die wurden schon ein bisschen heller das letzte update dafür gehe ich mal in game mode 0 und zwar die bauen ich mich da langsam ab ich schalte Kissen anscheinend auch die Wolle geht aber das ist ja auch so wie das ist auch so wie die Sand ja sieben sekunden waren das oder eins zwei drei vier fünf sechs sie ja ok ja sie leider habe ich nicht getroffen aber ihr seht ja sehr viele Feuerwerksraketen habe ich mir einfach mal erschienen ich nehme mal ein paar mit vielleicht kennt wer das update stand ähm das war schon ein bisschen vorher dran ich weiß nicht ob ich schon da war aber ich gehe mal hier hoch aber ich bin jetzt weg tschüss ok glatt ab 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 2 mal 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 ein mal 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 Ja, und das war's eigentlich auch von dieser Folge, hier sind wir bei einem anderen Dorf. Ciao Leute, und haut rein, lasst ein Abo da und ein Like, und ciao Leute! Bis zum nächsten Mal!